Wir kommen zum nächsten Rühpunkt, kann man schon sagen. Musikanten zwischen Wattwil, Steiner und Filker. Ich mache nur zwei, drei Tätze hier miteinander für uns. Das ist zwar der Alper Sulf mit seinen Musikkollegen. Komm in die Fülle. Zwei Leres-Tänzchen heisst, der erste ist ein Zittern-Tanz von Mori Bürgler. Und der zweite ist ein traditioneller von Franz Bürgler. Viel Vergnügen! Musik 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 Amen. 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 Amen.